Liebe Schwestern und Brüder, weil unsere Kirchen jetzt geschlossen werden müssen, wegen der Ansteckungsgefahr, kommen wir als Kirche jetzt zu euch nach Hause. Also kommt mit! Wir begrüßen euch herzlich an diesem Abend aus der Marienkirche in Schönbrunn. Und wir laden euch ein, miteinander das Abendgebet zu halten. Ihr findet das Formular dafür auf unserer Internetseite www.kirchspiel-ewersdorf.de. Manch einer von euch hat auch den Hürdenbrief erhalten. Und so lade ich euch ein, miteinander zu beten und zu Gott zu sprechen. Guter Vater, in der Abendstunde beten wir zu dir und bitten dich, bleibe du bei uns und behüte diesen Ort vor Gefahren, Krankheit und Not. Segne alle, die hier leben. Amen. Lass uns gemeinsam den 23. Psalm beten. Der Herr ist mein Werte, mir wird nichts mangen. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erwickelt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Amen. Wer mag, kann in der Stille nun seine Anliegen vor Gott tragen. Wer mag, kann in der Stille nun seine Anliegen vor Gott tragen. Guter Vater, wir beten heute Abend für all die hier im Ort, die Angst haben vor dem Virus, die Angst haben vor der Ausbreitung, die Angst haben, wie die nächsten Schritte aussehen. Guter Vater, komm du zu ihnen und lass dein Licht leuchten. Vater, wir bitten für all die Menschen, in denen es dunkel aussieht, die nicht wissen, wie sie durch diese Tage kommen sollen. Sei du ihr Licht, leuchte du für sie und gib ihnen Kraft. Wir bringen vor dich auch die Kranken. Gib ihnen Mut in den schweren Zeiten, sei du ihre Kraft und ihre Stärke. Das bitten wir. Guter Vater, wir bitten für all die Menschen hier im Ort, die Entscheidungen zu treffen haben. Für all die Menschen im Land. Gib Einsicht, gib Weisheit, gib Wege durch diese Krise hindurch. Guter Vater, wir bitten dich auch für unsere Kirche. Lass uns Wege finden, um auch in dieser Zeit dein Licht leuchten zu lassen und von deiner frohen Botschaft zu erzählen. Sei du mit Liebe und mit Kraft bei uns. Leite unsere Schritte, leite unsere Worte. Und so beten wir gemeinsam zu dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergehen in unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir laden euch ein, miteinander das Abendlied Bleib bei mir, Herr, der Abend bricht herein im Gesangbuch unter der Nummer 488 zu singen. Bleib bei mir, Herr, der Abend bricht herein. Es kommt die Nacht, die Finsternis fällt ein. Rufen dich, Trost wärst du, mein Gott, nicht hier. Hilf dem, der hilflos ist, Herr, bleib bei mir. Wie bald verhält der Tag, das Leben weicht, die Lust verbringt, der Ehrenruf verbreicht. Umringt von Fall und Wandel leben wir. Unwanderbar bist du, Herr, bleib bei mir. Ich brauch zu jeder Stunde dein Nahe sein, denn des Versuchers Macht brichst du allein. Wer hilft mir sonst, wenn ich den Halt verliere. In Licht und Dunkelheit, Herr, bleib bei mir. Gemeinsam beten wir am Abend Luthers Abendgebet. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast. Und bitte dich, du wolltest mir vergeben alle meine Sünde, wo ich Unrecht getan habe, und mich diese Nacht auch gnädiglich behüten. Denn ich befehle mich, mein Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Vater, wir bitten dich, behüte unsere Familien, unseren Ort und unser Land. Bleib du mit deiner Gnade heute Nacht bei uns. Gib guten Schlaf, trage mit an unsere Angst und lass uns dein Licht leuchten. Amen. Amen. Und so geht in diese Nacht mit dem Segen unseres Herrn. Und der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erlebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen. Amen. Amen.